Ah Ich werde das Vieh gleich erstmal killen Wenn das nächste Tag dann wieder ist Ich werde gleich erstmal ne große Feuerstelle setzen Ich laufe an dem Weg entlang Ooooooh ich bin schwach Ja Guck mich mal jetzt gleich an wenn wir uns treffen Guck mal wie ich dünnig bin auf einmal Hässlich bist du Naja weißt du was passiert Ja genau wir brauchen ein großes Feuerschen Kannst du das bauen Äh ich brauch Holz dafür Wie viel? 2 Hier 120 Stück Mach mal nicht die Kacke aus Ja Jetzt werde ich Muskelmann Ja guck Jetzt habe ich wieder nen schönen Bart Das ist voll gescheuert Ey der Typ ist ganz geil der ist so stark Was hat denn die roten Pilze nochmal für einen Effekt gegeben? Oh weiss ich gar nicht Weiß das nämlich auch nicht mehr Das Problem ist bei dem du musst dich voll heilen Alter wird richtig viel Essen brauchen Okay Okay Ich guck mal eben ist es noch hell Ah Kaninchen jawoll Ja scheiße wenn du außerdem daneben klickst und denen das frisst Mh Kaninchen ist da Da ging das Gehirn runter bei Rot Äh wir brauchen unbedingt Gold Jetzt ging beim grünen hoch Ja deswegen sag ich ja Müssen wir noch was noch zu essen Brauchst du Essen? Ne ne Ich habe selber was gefunden gehabt Was ich gerade aufgegessen habe Oh da Dann nehme ich das erst wieder Hey Ich wollte es gerade nehmen Wie viele Essen hast du denn? Gar nichts Ja ich habe auch nur noch das Von dem schon aufgegessen Oh jetzt wird es nachtlich wieder Ja das sind kleine Bäume Die sind doch langweilig Ja ist doch egal Oh Hebe die doch Scheiß drauf Komm in die Mitte Ja gleich Das haben wir noch kurz auf So die Rest tu ich hier rein Kann ich noch ne Ja Einen Axt bauen kann ich noch Ich habe mir eben auch mal einen gemacht Komm mit Hm? Du willst? Ja ich kann doch in der Nacht gehen Ja ich weiß Komm mit hier rüber Gucken ob unsere Fallen zugeschlagen haben Ah hier ist noch Sind denn die scheiß Fallen gewesen? Na hier oben war das einfach Ja Naja aber nicht zu überschneiden Weil du musst ja wieder runter ne? Ja Dann kommen wir mit aufm Weg hier Da bist du tausendmal schneller Hm Hier im Ecke kommt das Schweinchen gleich irgendwo Ah Moment komm mal rüber Ja Ich mach mal eben kurz Licht Hahaha Das ist ein Sack Moment das mach ich mal hier auch Ja Geben wir Holzkohle Hm genau deswegen Wegen diesen Drain Hm Holzkohle ist generell besser Auch für Feuer machen Hier ist das Schweinchen Ne das Schweinchen Doch da ist es noch Äh Stirb Bitte stirb nicht ne Weil ich weiß nicht wie das beim together ist Boah Fuck Ey ich lass das mal in Ruhe Boah da sind so viele Büsche Das ist das nämlich Zummer 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 Komm schon komm schon Schweinchen Komm 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 Es kommt zu dir Es kommt zu dir es kommt zu dir Es kommt zu dir Ich weiß hab ich gemeldet Oh guck mal das ist tot angekommen Ja Jetzt geh du wieder plindern Es kommt es kommt es kommt es kommt Nein die Truhteine fressen uns weg Ja ich weiß deswegen müssen wir das so hinge machen Oh nun 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 Pass auf es kommt Ja ich weiß Wer hat zum target mich Nein die Truhteine Aua Oua Lauf auf jetzt Naja egal Wir haben ein Paar eingesammelt Ja und die Truhteine haben alles weggefressen was Oh Centus komm hier her Wieso ich habe hier sachen rechts rechts hoch rechts hoch hier ist eine spitzhacke und nehmen wir bitte hier du bist doch meiner hier spitzhacke ja die wollte ich gerade auch sagen die steine oder willst du die haben ja hier dann mit den auch noch mit ja was denn musste sein ich muss so viele bären haben der typ ist dabei mit viel bären voll hoch hier ganz viele bären ich habe bei vier verstanden ich habe das schwein noch so gepackt dass sie das getötet kriegen noch mal zwei späre und dann nur abwechselnd versuchen das ist ein versuch zu verhängen wenn ich im einzel spiel habe ich mal die trothähne zb bei mir ins lager eingeloggt dann kommen sie nicht wir raus warum der tag ist länger geil jetzt ein schweinchen dorf ja die suche hat sich genannt es fehlt gold ich bin schwach hat sich gelohnt warum hast du was heute super kann nämlich auch kisten unseren kutschmann das ist ein kleines feuer aufgestellt ja ich brauchte was zu essen ja super dann kann ich da gleich hoffentlich noch dran also nicht edit fuel edit fuel na guck mal hier hier gibt es noch mehr gold wow hier ist egg und ei hier ist dieser komische vogel ja wenn wir 1 gold haben ist gut wir haben 3 oh es wird dunkel ich weiß so ich würde mich mal nicht so ganz schnell hoch und ich lauf jetzt erstmal hoch ich weiß gar nicht was das für eine range ist wie also wie weit man sich sehen kann also ich sehe dich jetzt nicht mehr ne ich auch nicht deswegen ah kaninchen müssen wir da noch schauen kaninchen ich hab mir schon mal ne facke gemacht ja ich hab auch noch eine mit 12% bin aber gleich ja ich hab auch noch eine mit 12% bin aber gleich